Auszug aus Hin zum Frieden von Megatron von Tarn In einer Gesellschaft aufgebaut auf der großen cybertronischen Taxonomie, welche obsessiv geändert und neu interpretiert wird, ist das einzige, was sich niemals ändert, was sich niemals ändern darf, das System selbst. Jede Anpassung, jede Neuinterpretation wird in einem strengen Rahmen sozialer Hierarchisierung durchgeführt. Nichts darf die Kernphilosophie der Funktionisten gefährden. Nutzen als ein organisierendes Prinzip. Wenn man das System verlassen würde, so würde man erkennen, was es ist. Ein Gefängnis. Schlimmer noch, es ist ein Gefängnis voller williger Gefangener. Und man ist nicht nur ein Gefangener des Systems, sondern auch ein Gefangener seines eigenen Körpers. Unabhängig davon, ob man geboren oder gebaut wurde, geschmiedet oder kalt konstruiert. Du bist gefangen in deinem Alternativmodus. Die Funktionisten haben ein Schloss gebaut und der Senat hält den Schlüssel. Doch den meisten von uns ist nicht einmal bewusst, dass sie eingesperrt sind. Täusch dich nicht! Dein Lebenspfad liegt so klar vor dir ausgebreitet wie die Rillen deines Transformationsgetriebes. Du kannst so wenig deinen Beruf wechseln, genauso wenig wie es Cybertron möglich ist, sich nicht mehr um die Sonne zu drehen. Du kannst dir genauso wenig Fertigkeiten aneignen, die nicht zu deinem Beruf passen, genauso wenig wie der Himmel ein Gewissen erlangen kann. Dadurch, dass sie einem verweigern, den eigenen Alternativmodus abzulehnen und einen behindern, einem Pfad zu folgen, den man selbst ausgewählt hat, behaupten der Senat und das Konzil, sie würden im besten Interesse eines jeden handeln. Sie sagen, sie haben eine Verantwortung, dass jeder das Beste aus seiner gottgegebenen Form macht. Wenn man zu einem Bohrer wird, so bedeutet dies, dass Primus weiß, dass Cybertron Bohrer braucht. Sich seiner Funktion zu widersetzen bedeutet, den göttlichen Zorn auf sich zu ziehen und die Welt in ihren Grundfesten zu erschüttern. In Wahrheit geht es um Kontrolle. Eine fähige Bevölkerung ist eine mächtige Bevölkerung. Und wenn du deinen Alternativmodus ablehnst, was dann? Lehnst du dann deine Klasse ab? Würdest du deine Regierung ablehnen? Die Funktionisten verlassen sich nicht nur auf die Theologie, wenn sie Argumente für einen Wechsel zurückweisen. Es sei verwirrend, außerhalb seines eigenen Alternativmodus zu arbeiten, sagen sie. Man stelle sich vor, man würde von einem Arzt mit Panzerketten behandelt. Man würde seine Kompetenz in Frage stellen. Und sie weiten diese Frage auch auf die Kumpel aus. Würdest du dich gut fühlen, wenn du neben einem Mikroskop arbeiten würdest? Oder auf das Militär? Würdest du dein Leben in die Hände eines Soldaten legen, der sich in einen Datenträger verwandelt? Und es ist wahr, die Bevölkerung wäre verunsichert. Zunächst. Doch die Funktionisten, ermächtigt durch den Senat, haben Bedingungen geschaffen, welche zur Gründung dieser hinterfragenden Bewegung beigetragen haben. Und sie haben es bewusst getan, um den Status Quo aufrecht zu erhalten. Überdies, um Spaltung zu fördern. Und Spaltung ist ein anderes Mittel, mit dem sie die Bevölkerung kontrollieren können. Je mehr Wände man zwischen den Leuten aufstellen kann, desto leichter ist es, sie zu kontrollieren. Und so stärker wird die strukturelle Integrität des Systems. Und deshalb fragt man sich, wenn man an den Fremden trifft, nicht, wie ist er? Man denkt, wofür ist er? Man denkt nicht, was sind seine Hoffnungen, Träume und Ziele? Man denkt, was tut er? Und dann denkt man, wo ist er im Vergleich zu mir positioniert? Ist er über, neben oder unter mir? Ist er besser als ich? Oder ich besser als er? Selbst wenn man an die große Cybertronische Taxonomie glaubt, so sollte einen jeder sich fragen, wer entscheidet über diese Ordnung? Und dann, warum sollte es überhaupt eine Ordnung geben? Und das ist die Frage, welche der Senat und die Funktionisten am meisten fürchten. Weil sie wissen, ihre Welt würde zusammenbrechen, wenn man auf die Antwort käme. Warum sollte es eine Ordnung geben? Ich sage es euch, es sollte keine geben. Seid freudig bei eurer Arbeit, sagen sie, denn sie bereichert euch. Seid dankbar für euren Alternativmodus, definiert euch. Seid dankbar für das System, es beschützt euch. Seid dankbar für eure Vorgesetzten, sie denken für euch. Ich sage genug, legt eure Arbeit nieder, lehnt euren Alternativmodus ab, widersetzt euch dem System. Und eure Vorgesetzten, ihr habt keine. Wir sind alle gleich. Und wir haben ein Recht zu entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen. Und wenn ich die Vorgesetzten, ihr habt ihr euch reliabilityben. Und wir haben eine sehr言 13-8-dose.